Grüße euch ganz lieb! Nächster Trailer am Stadt um 17.19 Uhr am 1.04.2020. Ist aber jetzt auch kein April-Scherz. Bei meiner Vermieterruin waren heute eine Familie, darunter auch drei Jungen. Zwei sind männlich, eins ist weiblich, höchstalter neun Jahre, die anderen beiden sind Zwillinge. Und ja, da habe ich doch gedacht, okay, habe heute nichts so auf der Platte gehabt. Dann mache ich doch mit denen mal so ein Kurzinterview, wie da die Situation bei ihnen ist, wie sie mit der Zeit umgehen, wie sie mit der Situation umgehen. Und das könnt ihr dann sehen im Hauptfilm bei VK, bei Bicu, die sich den Link bei Wacknews.tv aufrufen. Bitte den entsprechenden Link in die Browserzeile einfügen, Enter drücken und dann könnt ihr den Hauptfilm schauen. Dann hoffentlich bis gleich wieder. Tschüss!